Rassistische Kommentare und Slogans. Auch an der Uni Münster? Diese Frage stellt sich momentan der Arbeitskreis zurecht. Die Münsteraner Jurastudierenden möchten herausfinden, ob und in welchem Umfang in Unigebäuden rassistische Inhalte verbreitet werden. Deswegen rufen sie per Facebook die Studierenden auf, rassistische Erfahrungen zu teilen und sie dem Arbeitskreis zu melden. Gemeint sind zum Beispiel Sticker, Slogans und Kommentare. Auslöser für den Aufruf war ein Post-it mit islamfeindlichem und rassistischem Inhalt, das im Gebäude der Jura-Fakultät aufgetaucht war. Der AK Zurecht möchte sich mit der Aktion für ein diskriminierungsfreies Umfeld für alle Studierenden einsetzen. Musik